Damit ihr auch mal EMG hier seht, warum ich die nicht so mag, denn sie verzieht auch ein bisschen. Da, ob so länger ich schieße. Dachladen. Aus. Denight. Denight! Boah, hört ihr auf. Hora. Hora. Denight! So. Bisschen dauert es noch. Au! Du musst geboren. Zahnarzt, Sonne. Wettel, bist du fertig? Ja, trink selber noch einen Schluck. Kriegst du eine hier? Schrecklich. Schrecklich. Immer diese durstigen Mädchen. Okay, alter Junge. Wir haben jetzt fast genug Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern. Im Werkraum sollte eine der Lüftungsschächte sein, die sie so gern haben. Bring sie da runter. Okay, wir haben jetzt insgesamt 80 Adam. 90 bräuchten wir. Kassette. Sehr schön. Und hier irgendwo sollte dann was sein. Ein Lüftungsschacht. Hier ist nichts weiter. Ich will mich noch kurz umgucken. Sollte aber eigentlich alles haben. Leiche ist ausgebeutet. Die auch. Die auch. Jo, na, haben wir's eigentlich. Machen wir uns mal auf den Weg. Hier rum. Und dann da rum. Ich nehm mal lieber mal hier. Genau für sowas hier. Außer sie nochmal geschossen. Ich treffe. Depp. Aber egal. Da rum. Hey, Pardial! Wir behalten, was uns gehört. Tülle! Das ist so creepy hier. Das ist so creepy. Nicht schön. Kaffee. Sehr schön. Toffel Chips. Gehen wir da rum. Nein! Nicht Künstlern! Nicht mal! Kopf ab. Ich geh lieber weiter. Ich hör was. Hallo. Hat's kurz gelehrt. Sicherheitsbord. Warum versteckst du dich vor der Erlösung? Ich verstecke mich nicht vor der Erlösung. Ich erlöse gleich dich. Aus! Setz! Aus! Buh! Super Schreiung. Tap, tap, tap. Ein Eimer. Super Eimer. Gucken wir uns mal weiter um. This way. Okay. Hier kommt gleich noch was, wo ich wahrscheinlich wieder erschrecken werde. Aber ich fühle mich mal bereit dafür. Nein! Selbst jegliche Genialität. Nein! Durchtet der Parasit, den Visionär. Was er nicht abkupfert kann, will er zensieren. Was er nicht reglementieren kann, will er verbieten. Redshirt basiert auf einer Idee. Diehen sind hier und an der Oberfläche verpottet. Da! Das da! Erstens creepy. Das finde ich schon creepy. Und was sagt das da? Diese Hand macht mir Angst. Ja, ich habe Angst vor Händen. Und vor Jungen mit wackelndem Bein. Ah! Der Junge wurde gegrapscht. Ich gehe mal weiter. Ich weiß, ich muss woanders hin. Ah, da ist Power to the People! Deswegen powern wir mal die People auf. Arbeit für Sinclair. Das machen wir erst gleich, sondern... Äh, Ladestreifengröße für die Nietenpistole möchte ich. Selbst wenn die Spielsachen haben, Spielsachen. Kartoffenchips. Ich kann auch mal Munition vertragen. Ich hoffe, es klappt. Ich krieg... 50er? Ja, die will ich nicht. Ich hätte gern Nieten. Sehr schön. Ähm... Verbandskasten. Das reicht. Weil ich noch mal nicht tun kann. Cool. Schwimmen wir es mal ab. Tagebuch. Geht doch. Ich habe mich heute mit Sinclair von Sinclair Solutions getroffen. Das ist so eine pseudolegale Firma, die diejenigen Probleme löst, von denen Ryan nicht mal zugeben will, dass er sie überhaupt hat. Ich könnte 40... Also, Tennenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das bricht uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur Willen sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus unten drauf. Überlegst dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Ich mag dieses Puppen-Zeugs nicht. Ich finde sowas ziemlich creepy. Geld! Ah! Wo habe ich das hingeschmissen? Geld? Geld! Fuck! Ich sollte erst die Köpfe angucken, bevor ich sie wegkicke. Verdammt! Oh, Bandagen! La la la! Und TV! Und Tisch! Kuchen mit Krebsfüllungen, 10.000 Jahre alt. Tisch! Und ich esse es. Om nom 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 nom! Wer kann man dazu echt nicht sagen? Hackern! Fick! 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 So, danke. Ah! Musstest du sogar Verbandskasten benutzen? Und für das bisschen. Schrecklich. Geht der durch, oder? Soll man Botte ist am abspacken? Keine Ahnung. Geld! Puppe. Puppe. Spinnt. Kopf! Da kann ich wieder hackern. Ihr merkt schon, ich hack gerne. EVE Spritze Session. Ich will EVE Spritze. Gib mir Spritze! Danke. So, ähm... Brauche ich nichts. Sollte reichen. Oh, Hände! Nee! Überall. Gegner und Hände und Gegner. Und Hände. Kleine Vita-Chamber. Und Hände! Okay. Wir können hier eine Little Sister im Lüftungsschacht abgeben. Oder... Ausbeuten. Ich werde sie aber retten. Ich werde aber einmal das Ausbeuten zeigen. Hm, das mache ich jetzt gleich. Aber ansonsten werde ich immer die Little Sisters retten, wenn ich sie ausbeute. Passiert nämlich das. Tschüss Mädel. 160, Adam. Sterbehilfe, Kleiner. Mehr war das nicht. Du hast jetzt mehr als genug, Adam. Geh zur Hall of the Future und splice dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Mir tut das Mädchen so leid. Aber ich wollte es einmal zeigen. Ihr seid schon. Ihr alle, Alter. Ihr habt sie auf dem Gewissen. Das war Cindy. Muhahaha. Ah. Okay. Da war ein Gegner. Nein. Die Nein. Oh, je, je. Hallo. 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 Mein mächtiger Sicherheitsbord für das Regeln, wenn er nicht brennen würde. Ah, scheiße. Husten und. Halt den Kopf rum. Geflogen zwar, aber nicht kleiner. Ich dachte, jetzt. Geben mal Ruhe hier. Geht doch. Da ist so ein Schienengewehr. 50er Kugeln. Na, na, na. Okay. Gehen wir weiter. Na. Hier rum. Nach. Dieser Schatten. Gott. Böser Schatten. Na, na, na. Na, na, na. Das Power to the People hatten wir schon. Genau, gehen wir hier rum. Nein. Bleib sitzen. Kein Grund so abzuspacken. Um, 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 um. Und nie tun. Zigaretten. Halt die Tür, hallo. Tür, brennen, Brüste, äh, Milition. Okay, jetzt sind wir ja nicht mehr betrunken. Nein. Hier steht er nicht drin, aber. Unserrahm. Nein. Raauf. Sit. Dummes Ding. Maschinenpistole. Und die hat's voll weggepfetzt. Und da hast du nie turn. Nie turn. Kann ich nicht da durchkloppen? Ui, geht sogar. Wusste ich gar nicht. Gib dich ihr hin. Cool. Geld, Geld, EVE-Spritze, Geld. Nimm! Der mag kein Geld. Dann halt erst mal so. Habt ihr was zu hören? Heute dritte Sitzung mit dieser unglaublichen Psychotante aus Europa, Dr. Sophia Lamb. Sie sagt, Ryans Gerede von wegen, orientiert euch an der Nummer 1, sollen nur uns kleine Leute gegeneinander aufhetzen. Was wir bräuchten, wäre eigentlich... Was wir bräuchten wäre einig...